Baerbock verteidigt Heizungspläne. König Charles besucht Ankunftszentrum. EVG-Chef Martin Burkert, bis Ostern kein Streik. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 30. März. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Ampelheizungspläne verteidigt. Wir mussten beim Kohleausstieg die Unternehmen und die Regionen entschädigen, damit wir gemeinsam als Land auf den Klimapfad kommen. Diesen Fehler wollen wir bei den Heizungen nicht wiederholen, sagte sie im Deutschlandfunk. Der britische König Charles III. hat am zweiten Tag seines Deutschlandbesuchs das Berliner Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge besucht. Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafen Tegel sprach König Charles mit einer geflüchteten Familie und Helfern. Begleitet wurde er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Innenministerin Nancy Faeser und Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Gefei. In der aktuellen Sendung TV Berlin Spezial hat EVG-Chef Martin Burkert bekräftigt. Bis Ostern und an Ostern wird es keinen Streik durch uns geben. Das heißt, am 8. November waren Sie hier letzten Jahres und haben gesagt, im März könnte es sein, dass Sie die Republik lahmlegen. Wagen Sie nochmal so eine Prognose, wann der nächste Streik dieser Art kommt, wie Sie ihn am 27. März durchgeführt haben? Ja, ich bin kein Hellseher. Ja, aber Organisator des Ganzen. Ja, am Ende, wenn kein vernünftiges, überhaupt kein Angebot am Tisch liegt, wir haben Anfang Februar unsere Forderungen übergeben. Die Arbeitgeber hatten drei Wochen Zeit und kommen in die erste Verhandlungsrunde mit keinem Angebot. Und dann kommt jetzt dauernd der Ruf, schneller wieder an den Verhandlungstisch zu kommen. Dann sollen die ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. Wir haben auch der Bevölkerung, die ja auch viel Verständnis gezeigt hat, weit über die Hälfte in Deutschland sind solidarisch mit uns. Es gibt natürlich auch die anderen unbestritten, die man in der Mobilität trifft. Wer in Urlaub fliegen wollte, Geschäftsreisende, das kann ich nachvollziehen. Aber wir haben aus diesem Grund auch gesagt, dass über die Osterfeiertage nicht gestreikt wird. Und wir haben auch nicht vor, zu streiken. Am Ende muss der Arbeitgeber halt uns entgegenkommen und das ist bisher nicht der Fall. Der Deutsche Nationalpreis geht in diesem Jahr an den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer. Der 78-Jährige gehöre zur ersten Generation deutscher Künstlerinnen und Künstler, die sich unmittelbar mit der Frage nach Identität und Nation nach Krieg und Holocaust auseinandersetzten, so die Deutsche Nationalstiftung. Die Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen bei leichten Erkältungsbeschwerden auch ohne Praxisbesuch geht zu Ende. Die in der Corona-Krise eingeführte Sonderregelung des Gemeinsamen Bundesausschusses von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen gilt nur noch bis zu diesem Freitag. Vor dem geplanten Kommunalgipfel der Unionsfraktion zur Flüchtlingskrise hat Fraktionschef Friedrich Merz Bundeskanzler Olaf Scholz bei dem Thema Tatenlosigkeit vorgeworfen. Die Kommunen flehen den Kanzler an, endlich zu handeln, sagte Merz der Bild-Zeitung. Der Berufsverband Marburger Bund hat Ärzte an Kliniken in sechs Bundesländern an diesem Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Gestreikt wurden in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hainland-Pfalz und dem Saarland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält es für möglich, dass die beschlossene Planungsbeschleunigung dadurch ausgebremst wird, dass der langwierige Diskussionsprozess der Ampelkoalition noch einmal auf Länderebene fortgesetzt wird. Die Gefahr besteht, sagte er im ZDF-Heute-Journal. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften erzielten auch in der dritten Verhandlungsrunde kein Ergebnis. Am Ende mussten wir feststellen, dass die Unterschiede nicht überbrückbar waren, sagte Werde-Chef Frank Wernicke. Die deutschen Gasspeicher sind weiterhin zu fast zwei Dritteln gefüllt. Am Mittwochmorgen lag der Gesamtfüllstand bei 64,2 Prozent, wie aus vorläufigen Daten des Europäischen Gasspeicherverbandes GEE hervorging. Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im März auf hohem Niveau abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 7,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nach einer Jahressteuerungsrate von 8,7 Prozent im Februar, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu einem starken Anstieg der Schutzsuchenden in Deutschland geführt. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, stieg die Zahl der registrierten Schutzsuchenden 2022 gegenüber dem Vorjahr um 1,14 Millionen Personen auf 3,08 Millionen Menschen. Nach den vorläufigen Scheitern der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sehen die Kommunen wenig Spielraum für eine Schlichtung. Was die Arbeitgeberseite angeboten hat, bedeutet bereits für die Kommunen einen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, im Deutschlandfunk. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat Proteste von Fridays for Future gegen die Beschlüsse des Ampel-Koalitionsausschusses angekündigt. Jahrelang wurde für ein wirksames Klimaschutzgesetz gekämpft. Nun greift es und der Koalitionsausschuss schreddert die Kernelemente, schrieb sie auf Twitter. Und nun zum Wetter. In der Nacht ist es bewölkt, die Sterne sind nur vereinzelt zu sehen bei Werten von 8 Grad Celsius. Morgen früh ist es bedeckt bei Werten von 8 Grad Celsius. Des Weiteren bleibt der Himmel am Nachmittag und am Abend grau, bei einer Temperatur von 13 Grad Celsius. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.